Da hat es ein paar Sündenfälle gegeben in der Vergangenheit. So was eben wie diesen sinnlosen Schuh mit der Zahl. Und da hat es noch ein anderes großes Symbol gegeben, das die FDP in diesen Geruch der Spaßpartei gebracht hat. Und das wollen wir jetzt gemeinsam. Ach du lieber Gott. Wir haben es bei eBay gekauft. Ach du lieber Gott. Wir haben es bekommen. Ja, es gibt es wirklich. Hier ist das Original, meine Damen und Herren. Der Sündenfall der Spaßpartei, das Symbol, das Guido-Mobil. Würde er heute nicht mehr nutzen. Eben. Und weil er es nicht mehr nutzen würde, lieber Herr Baum, werden wir es jetzt ein für alle Mal zerstören. Wie denn? Ins Wasser fahren? Nein, das tut mir an. Doch, wir nehmen gemeinsam, da haben wir auch Handschuhe und eine Schutzbrille, damit uns nichts passiert. Und das ist ein schönes Symbol, damit wir einfach zeigen, diese Zeiten sind vorbei. Die FDP ist wieder ernsthaft. Du lieber Gott. Und wir werden jetzt ein bisschen dieses Auto dem TÜV entgegen. Können wir das Auto nicht irgendjemandem schenken, der es dringend braucht? Das will keiner haben. Wir haben es versucht. Doch, doch. Nein. Also. Also ich warne davor. Ein so schönes Auto kaputt. Ein kurz in die Kamera, denn neue FDP ist ja auch Inhalt. Einmal, bevor wir das schöne Bild erzeugen, Ihre Beerdigungsrede an die Spaßpartei. An das Image der Spaßpartei ist schon erledigt. Und das muss man, meine ich, nicht noch mal symbolisch machen. Ich glaube schon. Wir sind im Fernsehen. Wenn Sie wollen. Okay. Okay. Rauchen wir drauf. Machen Sie mal voran. Oh fuck. Das macht Spaß. Sie auch? Ja. Bye-bye Spaßpartei. Das war's. Jetzt kommen wieder Inhalte. Kommen Sie, Herr Baum. Einmal auch Sie. Kommen Sie richtig draufklopfen. Herr Baum, einmal richtig draufklopfen. Ich bewundere Sie, wie Sie das machen. Machen Sie auch bitte. Herr Baum. Ich helfe Ihnen. Bitte helfen Sie. Ich helfe Ihnen. Bye-bye Spaßpartei. Bye-bye 18%. Wir wollen Christian Lindner. Wir wollen Inhalte. Schluss mit der Scheiß Steuerdenkungs-Scheiße. Oder Bürgerrechte. Bürgerrechte. Einmal noch draufschauen. Menschrechte. Ja. Gerhard Baum mit dem Zienerhalsschlag. Das Ding kaputt macht. Jawoll. So. Zack. Lieberneu. Ah. Jetzt brauchen wir. Sonst glaubt uns, dass da drinnen keiner. Einen Beweis. Einen Beweis, damit es uns drinnen die Leute auch glauben, lieber Herr Baum. Ihr habt das doch gesehen, hoffe ich. Ich hoffe es. Herr Baum, ich mach noch eine Lampe kaputt. Machen Sie das noch. Ich hoffe es. Herr Baum, ich mach noch einen schönen Tag.